Das ist eigentlich der Traum, seitdem ich von klein auf Sport mache. Man kann hier in so kurzer Zeit so viele Messungen und verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Es geht wirklich um jedes Hundertstel. Es macht mich stolz dabei gewesen zu sein und hoffe, dass ich mithelfen konnte. Das Gerät schneller zu machen. Hier im BMW Windkanal holen wir die letzten Hundertstel raus für unsere Mission Gold. Das Gerät schneller zu machen. Das Gerät schneller zu machen. Das Gerät schneller zu machen. Das Gerät schneller zu machen.